Sagt mal, ihr zwei, da hattet ihr ja einen ganz schönen Hänger. Was war denn da los? Hänger? Was heißt denn hier Hänger? Ich habe mir seit es Lotto gebt bereits 505 Mal in diese enge Röhrchen katapultieren lassen. Und wofür? Zum Schluss ist man ja doch nur wieder einer von 49. Mich hat dieser Greifarm sogar schon 506 Mal eingeloggt und weiß deshalb einer, wer ich bin? Genau. Am häufigsten hat sich die 49 schon ins Framtenlicht gedrängelt. 569 Mal. Und hat sich das einer gemerkt? Nee. Aber uns beide kennt jetzt jeder. Endlich sind wir mehr als nur eine Zahl.